Ich hatte immer Schwierigkeiten, mir die Nägel der rechten Halme zu schneiden und dann habe ich von diesem Nagelknipser gehört und ich finde den ganz gut. Da braucht man nur Nägel reinzuhalten und mit dem Fuß bedient man dieses Gerät und so kann man sich problemlos die Nägel schneiden. Ich brauche dieses Gerät nur an der Tischplatte festzuschrauben und dann kann ich ihn bedienen mit dem Pedal, was auf der Erde steht. Für ältere Leute mit Arthrose oder Rheuma-Fingern oder auch wenn jemand kurzzeitig mal die Hände eingegipst hat und möchte sich dann irgendwie die Hände pflegen und das geht ihm nicht, wenn man die Hand im Gips hat und dann kann man sich mit diesem Gerät ganz wunderbar über die Zeit hinaus helfen. Den im Badezimmer am Schrank, das geht wunderbar, dass ich den festschrauben kann. Er steht so, dass er mich anders nicht stört und ich kann ihn jederzeit benutzen. Der Vorteil ist, dass man dieses Gerät überall mit hinnehmen kann. Wenn man einmal verreisen möchte, packt man sich das ins Gepäck und dann kann man sich auch, wenn man länger unterwegs ist, auch die Nägel pflegen damit.